Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zur neuen Folge Game of Ben und willkommen zurück zu einem neuen Spectacle-Clane-Video meinerseits einmal und wie ihr schon sehen könnt, es geht einmal um Zenith der Könige das Spezialset, was jetzt vor kurzem erschienen ist und ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, auch da ein Opening zuzumachen drei Boosters werde ich heute öffnen und zwei habe ich noch und die gibt es dann später auf TikTok so, aber kommen wir erstmal zu allen guten Dingen sind drei und herzlich willkommen zurück meine Freunde, es wird wieder spektakulär Stars aus Skala, Hisui und darüber hinaus darüber hinaus über den Wolken da muss die Biester-Karte doch grenzenlos sein so, ich habe mal einen Code für euch fassen sich irgendwie anders aus als sonst bin ja schon mal gespannt hier es ist mein erstes Mal heute ich habe schon ewig keine Pokémon-Karten mehr geöffnet, muss ich ehrlich sagen Sonderbonbon deswegen, da wird ja auch mal wieder Zeit ein Sichler haben wir dabei, sehr schön oh ja, da sind wir schon dabei da sind wir dabei das ist, okay, ich lasse es jetzt die Schlagermusik, die kommt jetzt weg aber guckt euch das an schöne Full Art Karte das ist aber noch nicht die letzte und nochmal eine Bi-Karte hinterher aber guckt euch das an das ist, das ist das ist Highlight das ist Silvanas Vitalität das ist einfach ist schon geil ist auf jeden Fall schon sehr geil meine Freunde das hat sich auch schon mal gelohnt und Runde Nummero 2 das hat sich auch schon mal gelohnt sehr geile Karte auf jeden Fall sehr geil so hoffe ich doch mal das ist hier ich versuche die immer so vorsichtig wie möglich aufzumachen und kriege die Karten dann einfach nicht raus habe ich mich verzählt heute? keine Ahnung es ist ab 12 wahrscheinlich habe ich mich verzählt so, nee das sieht ganz gut aus Pokémon-Fänger äh Br-Zi-L Sonderbonbon die erste Karte die doppeltes es gibt aber auch nur 77 Karten glaube ich in dem Set obwohl hier steht 159 oder was beim Englischen mit 77 Karten? ach, keine Ahnung aber Wolli ist dabei ein Schein-Ux ist dabei ähm pam pam schnipgel schnipgel luxtra und so gut als einmal ein Cherox ein Cherox okay 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 jetzt ist die Frage jetzt ist die Frage ich habe ja drei Stück hier ich wollte ja noch eins aufmachen jetzt aber was welches davon? und die anderen kommen ja für TikTok ich mache einfach so 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 ich mache den hier so den hier ich habe mir jetzt für den entschieden einfach so ich nehme Tor Nummer 3 nehme ich bitte einmal 3 aber so ein richtig schönes Highlight vom Schlafen gehen wäre natürlich noch wäre natürlich noch ein Highlight einfach gesagt wäre ein Highlight wäre ein Highlight einfach ne so Energiekarte aber die Artworks sehen schon geil aus muss ich schon sagen ne obwohl das hier äh ja ist das ein gutes Zeichen ist das ein gutes könnte auch ein schlechtes sein ne Galapantimos ah weiß ich nicht Sonnenkern weiß ich nicht Tufor ich gucke nicht hin ja meine Freunde das war wohl nichts ja ja aber auf jeden Fall ein Highlight war mit drin ein Highlight beziehungsweise zwei Highlights zwei Highlights waren mit drin und zwar aus dem ersten Pack gleich guckt euch das nochmal an guckt euch das einfach nochmal an sehr schöne sehr schön und einmal Sylvanas Vitalität das sieht wirklich mehr als genial aus schreibt es gerne mal in den Kommentaren rein ob ihr auch schon ein paar Packs aufgemacht habt von Zenith der Könige ich muss doch nochmal gucken kommt jetzt nicht nächsten Monat noch eigentlich wieder ein neues Set raus ich glaube schon keine Ahnung aber das war es heute mit GF Ben hoffe es ganz hat euch gefallen wenn ja Video liken kommentieren unterrichts abonnieren raufclashen dashen smashen damit ihr nichts mehr passt von mir GF Ben folgt mir gerne auf TikTok einmal wohl da werden dann die anderen Boosters geöffnet und bis zum nächsten Mal ein bisschen immer schnell weiter zocken hausen achso wie mach ich das sonst immer ich hab schon ewig keine Videos mehr aufgenommen wo ich die alten alle schneiden muss wie mach ich das immer so ne hausen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal